Niklas Rauf, Steiermarke. Ich grüße alle Kinder. Ich liebe alle Kinder. Ich liebe auch das Bier. Das heißt, ich kann auch sagen, ich grüße alle Kinder in der Steiermarke. Ich grüße auch das Bier. Der Kind ist in diesem Zugberg von mir hier. Also, es lebt nichts mehr. Ich bin der einzige Reisende, der die Steiermarke genießt, die optischen Äußerung der Steiermarke. Genießt er. Der Steirer Liebhaber. Ich liebe alle Kinder und liebe auch das Bier. Doch leider kein Bier und kein Kind ist mir der Steiermarke hier. Die Problematik sozusagen.